Hallo Leute, hallo, hallo, wer bin ich überhaupt? Ich weiß nicht, wer ich bin, aber hallo und willkommen zu meinem ersten Video hier auf dem, auf dem, auf dem, auf dem, ah, lass mich weg, ah, oh mein Gott, oh mein Gott, ah, wo bin ich, wer bin ich, wie bin ich? Auf jeden Fall, wir kommen heute zu, hallo, hier sind wir mal wieder bei Quate the Fox, genau, hallo, ja, das gibt's doch jetzt wohl nicht, also ich wollte gerade meine Ansage machen und dann klopfst du da einfach rein, nein, 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 nein Ey, gib mir auf, gib mir auf, ich will auf, ich will auf, gib mir auf, Sidiak, gib mir Kuchen, gib mir auf. Ja, okay, okay, hier hast du drei Obsidien, okay. Okay, da bekommst du die Schuhe. Ich dachte, die Schuhe. Hä, ich möchte auch, ich möchte, was hast du alles für, was hast du alles für, was hast du alles für die Schuhe? Okay, okay, ein Diamant, okay, ein Diamant. Und hier sind deine Samen, Diamanten für dich. Wo, wo? Wo, wo, wo ist hier ein Diamant? Was, wo ist ein Diamant? Nee, komm, komm, wir bauen uns jetzt hier in der Schmiede ein Haus. Ja, komm, komm. Ähm, ja. Wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier eine neue Survival-Welt an der Wii U gestartet, okay, okay. Nicht wundern, wir haben keine Motsdam, wir sind hier an der Wii U. Ja, Vanilla, also das ist, ne. Und ich hab hier gerade eine Kartoffel gekriegt. Das sieht voll komisch aus mit der Hose an, das ist schon immer so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir heute das erste Minecraft-Video hier. Ich hab noch keine, ich hab wieder jetzt nur Musik gemacht. Ähm, und Intro Outro. Ja, und alle, die in die, ja, blunder Schule gehen, ne. Äh, ich nenne jetzt keine Namen, darf ich nämlich nennen. Ja, äh. Was, wie, wie, wie bin ich? Nein, also, die, äh, ja, die können jetzt also sehen, wir spielen hier Minecraft so. Ja, so wollen wir eben. Kann beweisen, ne, hier auf meinem... Hallo? ...freunden so, ne, die mir das nicht glauben, so, hi, wir sind's, wir sind's, wir sind's. Hallo? Wer bin ich denn? Ich bin der Kulte Fox, so, das ist der eindeutige Beweil. Wer bin ich denn? Ich weiß es nicht. Du bist ein Idiot. Achso, das wusste ich nicht. Kein Wunder, weil sie in der hessischen... ...bei so in der hessischen Gestalt. Eier, oh. Ey, guck mal, hier steht die Tür offen, das ist aber nett. Äh, die hab ich gerade nicht zugemacht. Alter, ein Sparakt, 15 rohe Hühnchen. Oder ein Sparakt, Hühnchen. Alter, geil. Ja, komm, wir machen uns jetzt erst mal ein Haus nur für uns beide. Ich hab eins gefunden, ich hab eins gefunden. Okay, das ist, das ist gut, das ist gut. Ich stell die Crafting Bench auf. Wenn der Ehe hier so der Lars oder so, ne? Also, wer Lars oder so kennt, ne? Ich wollte eigentlich so... Der ist geil. Ich wollte eigentlich, ja, ich wollte eigentlich so sagen, so... Hey, hey. Am Anfang so, haaa. Aber dann ist der hier, ne, der hier rechts neben dem sitzt, äh, Crazy Fox auch genannt, ähm, der ist da einfach reingeplatzt und, äh, da konnte ich eine Ansage nicht machen. Also, ach, jetzt, jetzt redet jetzt nochmal raus, das machen doch alle. Jetzt hat er sich, Alter, bitte nicht umbringen, okay? Nein, ich, ich will nur, ich will nur Kühe töten, okay? Und dumme Esel, dumme Kuh, häh? Äh, was ist das so dumme, dumme... Dumme Esel, genau. Ja, dumme Esel. Äh, hast du Zuckerrohr? So. Wir brauchen Zuckerrohr, okay? Dann können wir uns unser erstes Dauerbuch quaffeln. Ja, jetzt schon ein Zauberbuch, das war doch... Ja, aber was, du, wir haben jetzt schon Diamantik. Okay, Hardcore, okay, das ist jetzt so ein richtiges Hardcore-Projekt. Wir sind jetzt freundlich, wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, dass wir, ähm, in Leicht gehen, ähm, am nächsten Mal, wenn wir nächstes, wenn wir nächstes Video machen, ähm, wir verknoppen es hier gerade. Äh, Aua, ich krieg Schaden für der Kaktus. Wenn ihr wollt, dass wir nächstes Mal, wenn nächstes Video rauskommt, ich hoffe, dann, wenn das ein Like da, ein Like, ja, verprügelt den Like-Button, damit der schon blau wird. Verstehst du? Also, wenn Lars oder so, wenn das Video geguckt hat, der weiß, was ich mein. Und wenn Karo-Sylfern sich das hier guckt, wir sind ein sehr großer Fan von Romern ebenfalls, wenn du das guckst, und von Lars oder so. Werden sie sowieso nicht gucken, also davon war ganz abgesehen. Ja, also... Leider. Ey, der hat... Der hat das Platt getreten. Blöder Idiot, blöder! So, hiermit bring ich dich jetzt um im Namen Idiote! Okay, wir sollten nicht so laut sein, wenn ein Zwerg-Kamster schläft. Der A. Ah, Zwerg-Gl. Ich glaub nicht mehr. Hey, Leute, ich ändere hier gerade die Sicht, ne? Ich bin hier der Quaid-Fox. Das ist der rechts, ich bin links. Das ist der Super-Fox, ne? Kennt man ja. Ich hau hier gerade mit dem Schwert um mich. Du wirst doch hochgeladen. Ich weiß nicht, was er macht, der Creative-Fox. Doch, ich kann sich... Übrigens, übrigens, er wird später auch noch einen Kanal erstellt. Ja, also wir teilen uns erstmal den hier. Beziehungsweise wir machen zusammen Videos. Ja, so, so. Aber danach wird... Also wie bei Flo, Romer und Lars, wir haben sogar noch einen, aber den Namen, weiß ich nicht, ob wir den nennen dürfen, deswegen nenne ich den jetzt einfach mal nicht. Wir... Aber, äh, unser bester Freund, äh, ja, der... Ich wandere jetzt in die Wald. Der geht bei mir in die Schule. Der ist mein letzter Freund. Der hat auch meinen Qua auf der Playstation. Und, ja, äh... Äh... Leute. Was? Was? Alter, wie schön das einfach mal aussieht. Es wird Nacht, es wird Nacht. Leute, wie schön das einfach mal aussieht. Nein, also... Wollte ich vergessen. Hangelst du hier gerade etwa? Was hast du? Alter, ist doch geil. Oh, Mann. Aber, wenn ihr, wenn ihr irgendwelche was macht, was wir machen können, zum Beispiel diesen Tempel da so guckt, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, wir haben es verstanden. Ich habe es verstanden. Dann schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare. Das wäre sehr nett von euch. Und... Ich habe eine Kuh umgebracht. Alter, der... Die, die, der, die, das, das... Das da... Äh... Ich sehe nichts. Zeige ich darauf? Ach, egal. Äh, die Karotze sah gerade so aus wie so eine Rubin. Apropos, ich will den Rubin Playbutton bekommen. Mann, Spaß. Bekomm ich so gesehen. Ich würde den gern haben. Ja, ich auch, aber den bekomm ich so gesehen. Und ich will jetzt auch nicht... Wenn unsere Zuschauer hier uns ordentlich eiten, ne? Wenn unsere Zuschauer uns ordentlich duschen, dann wenn das... Apropos, ich hab mir geschrieben auf WhatsApp zu ihm, ich muss jetzt duschen in Revolution. Ja, das war sehr dumm. Ja, das war wirklich sehr geil. Ich weiß. Oh nein, ich hab ein falsches Haus erwischt. Egal. Hier, guck mal, Kiel. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ich nenn ihn immer als Spitzname Kiel. Ja. In echt heißt er eigentlich... Aber, ja, guck mal, guck mal, hier, Leute. Seht ihr das? Ich brauche was. Seht ihr das? In echt? Seht ihr das? Ich weine! Was? Ich weine! Bleib! Aua, aua! Okay, 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 okay. Aua, aua! Okay, okay! Ich kann ja eine Lutscher. Was? Wir wollen jetzt nicht irgendwie pervers... Oder wir wollen auch keine Beleidigungen hier... Es ist okay, ich stelle nix, ich bin blind! Er ist blind. Er ist blind. Obwohl er in echt gar nicht blind ist. Was? Echt? Ich bin nicht blind? Doch, du bist blind. Ich seh nix, was ist das? Er wird wissen. Äh, das ist... Das war's, ich hab' wie ein Huhn! Du bist ein Huhn. Wann hat das Huhn überhaupt gegackert? Jetzt hab' ich mir verraten, ich bin nicht blind, ich gebe es zu! Ich stell' mich der Polizei! Oh mein Gott, ich bin gerade... Okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu quatschig, aber... Ja, das ist zu dumm. Aber wir wollen ja jetzt nicht sagen, Spaß beiseite, weil das Wort hasse ich, beziehungsweise den Satz. Den Satz. Wir wollen hier, äh, ernst zu sein, gell? Jelly Bean Daddy! Oh! Wieso hab ich hier reinkommen? Oder auch genau Jelly Bean! Oh man, ich bin der... Ey, guck mal, ich schau grad auf dein Haus rum, wiii! Welches Haus überhaupt? Achso. Achso, ja stimmt, das ist mein Haus, wo man nicht reinkommt. Das ist das unbekannte Haus. Übrigens, Justin, ich will jetzt nix sagen, ne? Er nennt sich jemand, Justin, das ist für mich voll kacke! Ich weiß! Er hasste den Namen, deswegen nenn ich ihn. Ich bin nicht gerecht! Guck! Ja, okay, okay, okay! Okay, okay, okay. Okay, super. Na, super, Fox! Justin heißt angeblich, äh, gerecht. Sag mal, der Englisch-Jährerin. Also, André. Okay, so, unsere Spitznamen. Was? Okay, wir verwenden unsere Spitznamen jetzt hier im Spiel, so. Ne? Äh, also. Du bist der. Mich nennst du Just. Äh, ja. Ja. Just for fun. Und ich nenn dich manchmal Kjell. Aber bitte nenn dich am öftesten. André. Ich heiße dich André, du! Okay, okay! Hab ich dir Aua gemacht? Hab ich das? Es tut mir aber leid. Oh, hat der Kjell etwa Angst. Okay, nein, Spaß. Ich hab keine Angst. Wo ist der Mond? Der Mond ist aufgegangen. Wieso? Ich bin Zombie. Ich bin Zombie. Ich bin Zombie. Ah, ein Zombie! Nein, Spaß! Okay, okay! Nein, nein! Eigentlich sollte man da meine Boots ausziehen hier, ne? Warum? Oh, ich hab nicht Haare. Oh, ich sollte eigentlich mal... Wir müssen demnächst ein bisschen erkunden gehen. Oh Mann, wann wird das eigentlich hier zack? Oh Mann. Man kann... Ich weiß... Ihr könnt nix sehen. Und die Kamera-Position ist auch richtig schlecht. Also ich würde gerne Scheiße sagen. Aber... Das darf ich natürlich hier nicht. Äh... Ja. Ja, die ist wirklich... Er hat gerade nachgegangen. Oh, ich seh nix. Äh... Aber... Ich werde bald zu Weihnachten ein PC bekommen. Battlefield One Private V4. Ja, und dann können wir... Und dann werde ich mir Fraps runterladen. Frappit Frappit Fraps. Ich glaube so heißt das. Mit dem... Mit dem nimmt nämlich Chaos Row 44 auf. Also wenn ihr den nicht kennt. Äh... Guckt unbedingt bei dem vorbei. Ich seh nix. Ich hab ganz gut nachtig geschlafen. Wir haben doch gar kein Bett. Ich schlafe. Ich schlafe unter Wasser. Er schläft unter Wasser. Ich bin ein glückliches Kind und schlafe unter Wasser. Äh... Was? Eigentlich... Wenn diese Folge kacke wird, nehmen wir die nochmal neu auf. Nein! Die werden wir jetzt einfach hochladen. Ich kriege... Er hat Schaden gekriegt. Also nochmal zur Erinnerung. Nochmal zur Erinnerung. Rechts ist Creative Fox. Ja, ich hab... Ich krieg hier grad... Ich hab grad schon... Links ist Super Fox. 4444. Er heißt auch 4444, glaub ich. Ja, ich heiße Creative Fox. 4444. Und fertig. Oh, Lava. Was... Was ist das? Alter, lass die Lava! Ja, was... Ich weiß nicht, was das ist. Oh, ich hoffe, ich fall gleich nicht in eine Höhle. Ich hoffe, er fällt gleich in eine Höhle. Ein Schaf! Ein Schaf! Du bist doch kein Schaf! Äh, doch. Was ist denn ein Schaf? Und jetzt bring ich die... Okay, ich will mal ein bisschen handeln hier. Mal gucken, was ich hier handeln kann. Ich kann gar nichts handeln. Ich kann gar nichts handeln. Ich bin arm! Wir haben übrigens eine Welt, die nennt sich No No No. Ähm, und da ist irgendwie Herobrine oder so. Ja. Und dann passieren nur merkwürdige Sachen. Hey, hey! 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 Das ist mein Video! Hier ist unser Staat, hier ist unser Staat! Ha, ha! Ja, ha! Okay, soll ich was sagen? Wir haben es vorbereitet mit diesem... Ja, okay. Weißt du, er hat sich hier reingebuddelt. So, ne? Hab ich gar nicht. Doch, hast du. Und dann hat er mich gestört. Hab ich gar nicht. Was soll ich mir jetzt aus Diamanten craften? Kacke. Gar nichts. Wir wollen den Zaubertisch. Diamond. Sollen wir? Sollen wir das? Das sind meine Diamanten. Nee, komm, lass den Zaubertisch. Jetzt schon Zaubertisch, das wäre okay. Aber das wäre gar nicht mehr so schlecht. Weil, wenn ihr nämlich in die Kommentare schreiben, dass wir mal auf Life gehen sollen. Boah, guck mir mal den an. Der ist hier ein bisschen zu teuer, ne? Der ist ein bisschen zu billig. Also das Angebot ist geil, aber... Der ist ein bisschen zu billig. Warum hast du... Hanna, warum hast du... Achso, du hast die Fackeln abgebaut. Fakke Laris? Warte, das ist doch Wolle. Warte, hast du die Wolle? Ich habe keine Wolle. Von denen. Fackeln. Oh, wir müssen, wir müssen, wir müssen uns ein Backquartner. Ja, deswegen wollte ich ja hier die Wolle. Jeder nimmt sich drei Dinger, okay. Oh, ich sehe nichts. Oh, nein. Aha, du blinde Kuh. Blindekuh.de Wer kennt Five Nights at Freddy's? Ich, ich, ich. Ja, ich natürlich auch. Ich, ich, ich. Der kann mir das mal in die Kommentare schreiben. Wer Five Nights at Freddy's kennt, geil ist es. Ist leider erst ab 16 Jahre. Aber es ist geil. Ja. Oh nein, jetzt habe ich die Wolle nicht eingesammelt. Ich bin so ein Depp. Ich habe auch keine Wolle eingesammelt, aber ich weiß auch nicht, wo die liegt. Ich weiß auch nicht, wo die liegt. Warte, ich bin so ein Depp einfach. Wo ist die? Hab ich die jetzt doch, ist die die Spot? Oh, das, oh nein. Ich habe die Wolle. Ich habe gar keine Wolle, weißt du? Ich nehme mir Fuck-A-Lawes mit, ne? Ja. Also wir, oh, ich habe, ich habe gerade im Bild, ich zertrampeln das einfach. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme, weil ich das nicht sehen kann, weil ich das buche, komm lass eine dritte Stunde, weil ich glaube, die Sichtwert eh beknackt. Okay, wir müssen echt jetzt mal warten, weil ich weiß, ihr könnt gar nicht, fast nichts sehen. Wahrscheinlich genauso, wenn ich, wie wir, deswegen, sorry dafür, deswegen wir warten, bis jetzt hier, hol dir, hol dir mal die Wolle. Wo ist, wo ist der Mond? Hinter dem Wolle. Ah, ja. Ich laufe den Quatschein entgegen. Ich schlafe mir jetzt ein Bett, damit wir schlafen gehen können. Oh, ich, oh nein. Nein, nein. Wo bin ich? Oh mein Gott, ich bin gerade richtig runtergefallen. Lol, da ist er, ich habe mir ein Bett gehofft. Ist da ernsthaft schon die Grenze? Cool. Lol. Ich habe mir ein Bett gehofft, Kjell. Jelly Bean, Jelly Bean. Höh. Lol. Ja, nice. Ich komme hier jetzt schon nicht weiter. Oh Mann. Nicht schwimmen. Also nicht wundern, wenn, wenn ihr die Tasten die ganze Zeit das dick, dick, dick und so hört, das ist sorry, weil, ähm. Controller. Ja, genau. Ich sag da eins. Wegen Controller. Controller. Ich baue uns hier im Busch. Oh, guck mal, guck mal, hier war wieder so ein Frühjahr so ein Fluss. Und hier ist die Natur wieder eingewachsen. Wie ein No, No, No. Das, ich finde das so schön einfach. Okay, Kjell. Kjell, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich dich am Spitznamen nenne, ne? Ja. Hier so. Ja, hoffe ich doch. Ähm, so. Ab jetzt darfst du mich noch Eier nennen. Just. Und dann. Ja, lass mich doch mal das Haus reinbauen. Ja. Warte. Warte, ich baue hier meinen Keller. Hier wird unser erstes Haus. Ja. Oh, ich hab sogar schon. Wir haben immer so. Ich hab ein Bett, ne? Ja, wisst ihr, Leute, wir haben immer richtig die verrückten Ideen. Oh, ja. Warte, sollen wir einmal in, ähm, No Creative gehen? Nein. Doch, bitte. Nein. Okay, dann machen wir das in einer anderen Folge. Ja, das machen wir in der nächsten, wenn wir genug Abos haben. Beziehungsweise Likes. Dann gehen wir in No Creative einfach so eine verrückte Welt. Ich kann nicht schlafen kriegen. Die ist einfach so verrückt. Aber warum halt? Ah. Ja, ich hab alle. Oh, ich hab alle. Oh, nein, nein, nein. Nein. Ein weiter. Was ist an dem Weißen? Weiß. Ich glaube, das ist ein Bibliotheker, oder? Ich kaufe mir das. Was ist ein Kathograf? Wir sind, ich bin jetzt erst, Alter, ist der gerade gesprintet. Oh, mein Gott, war das schnell. Ich weiß, was können die. Aber früher war die nicht so schnell. Der war schneller, als ich laufen könnte. Äh, Kjell. Ultrakrank. Naja, auf jeden Fall. Kjell. Leute. Leute, 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 Leute. Was? Oh, ich dachte, ich bin in die Mine gefallen. Hier. Was? Ich dachte, ich dachte, du noch nicht. Hier. Ich glaube, es geht. Hier. Nein, es war nicht. Also, wir hülern jetzt hier im Dorf und ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Kjell, kjell. Obwohl, ich möchte mal meine Schwätzhacke craften. Ich bin doch ganz aus dem Vor. Ich will eigentlich auch. Warte mal, aber ich muss... Ich stelle hier so viel Werkbank auf. Werkbank auf. Werkbank auf. Gut gedeutscht. Ich bin übrigens vierte Klasse, ne? Und ich leider erst nur dritte. Aber ist doch egal. Auch. Aber auch. Ich auch. Aber auch. Aber auch. Aber auch. Okay, nein. Spaß. Das tut in meinen Ohren. Nein, ich weiß. Das tut natürlich nicht in meinen Ohren weh. Aber... Hä? Täusche ich mich oder regnet es? Eigentlich sollte es regnen. Aber die... Warte, lass mal lieber Spaß. Oh, es regnet, es regnet, es regnet. Aber das ist eigentlich gar nicht mehr die Wüste. Ey, komm, ich dusche. Ich dusche. Komm, dann gehe ich auch mal duschen. Obwohl, ne, ich... Ich stink schon. Leute, ich stinke. Ja, ich stinke auch. Ich stinke nach diesem Stück Fleisch. Nach diesem... Welche Spiele kennt ihr alles? Also, Leute, ne? Sieben. Einmal. Eins. Lernspiel. Zwei. Lernspiel. Lernspiele machen Spaß. Lass es, lass es, lass es. Wir haben dich in Vita behalten, deswegen. Wir haben nämlich sonst immer mit Cheats gespielt. Oh, guck mal. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Oh, ich bin drin. Ich bin drin. Er ist drin. Och, Mann. Ich krieg gleich vielleicht mein Erd. Das ist ein Erd. Ich war es. Wie lange haben wir eigentlich schon gespielt? Ja, keine Warte. Wie lange geht die Folge eigentlich gerade? Ich weiß nicht. Das Buch macht er. Ich nehm übrigens mit meinem Handy auf. Ich sag mal... Wieso hast du denn gerade eben Clara gesagt? Ja, hab ich das? Ach, egal. Auf jeden Fall mit Samsung Galaxy... Echt? J... Echt? J... J... Fünf. Ich hab nur Samsung Galaxy S3 Mini. Yeah. Warte, ich glaub, da kam sogar einmal Werbung im Fernsehen. Samsung Galaxy S3 Mini. Jetzt! Ja, bei Netto! Dum, dum, dum! Bei Netto! Alter, das ist ja eigentlich... All die Tolls. Für zwei Euro! Ich hab keine SIM-Karte. Was ist ne DIM-Karte? TIP-TIP! Ne, ne SIM-Karte. Hast du da gebläht? Nein. Hab ich nicht. Oh, dann war das ja Kissen. Er hat's gedacht... Ich hab natürlich nicht gebläht. Ne, Leute? Nein. Nein, nein, hab ich natürlich nicht. Er ist natürlich nicht. Nein, ich bläht nicht. Och? Nee, nicht. Ist doch jetzt egal, ich hasse das Thema. So, auf jeden Fall. Er bläht. Er bläht sich aber auch. Sieh mir in die Augen. Sieh das? Ja, man sieht... Ja, wir haben's verstanden. Jumpscare. Jumpscare. Ich geh unter Kiel. Was ist jetzt so Jumpscare-an-Fühlen? Kiel, Kiel, Kiel. Ich geh unter Kiel. Weißt du, was sagst du mal, ich hab kein Handy in den. Ich sterb grad, ich sterb grad, ich sterb grad. Oh, Mann, warum stirbst du grad? Du stirbst doch gar nicht. Doch, ich sterb grad. Er stirbt grad. Ich sterb. Leute, er stirbt grad. Ich sterb nicht, aber... Natürlich stirbt er im echten Leben. Nein, Spaß, er stirbt natürlich nicht im echten. Echt, danke, dass du das gesagt hast. Er stirbt natürlich... Das war echt mitgefühlig von dir. Ja, ich hab nix gesagt. Du hast echt großes Mitgefühl. Ich hab nix gesagt. Oh, Schafe, Schafe, Schafe. Ja, ich hab auch sein sehr großes Mitgefühl. Schafe, ja, 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 okay. Wir sind übrigens beim Touren ETS verweicheln, ne? Also, wer das nicht kennt. Hast du Feuer, breitet sich aus. Ich glaub so. Hast du Inventar behalten? Nein, Spaß. Das können wir nicht, weil wir keinen... Guck mal, Zuckerrohr, wir können uns unser erster Zaubertisch machen. Hä? Mit Zuckerrohr macht... Mit Zuckerrohr kann ich mir ein Buch quappen. Ich hab Leder. Ich hab kein Leder. Doch, ich hab doch Leder. Und dann... Ich will auch Zuckerrohr. Ich will auch Zuckerrohr. Schließlich hab ich dir... Äh, ein... Hey, seit wann kann man Zuckerrohr... Kannst du mal Zuckerrohr früher nicht immer nur auf Sand platzieren? Nein. Echt? Man könnte schon richtig lange auf, äh, Dings... Gras platzieren. Glaube ich. Und jetzt will ich nicht mal nach Hause. Oh, da... Nein. Hallo, Mitbewohner. Löder Idiot. Selber. Ich find das... Ich find das komisch... Äh... Soll ich das Obsidian hin platzieren? Soll ich das Obsidian hin platzieren? Mach doch. Aber der Kumpel ist erstmal nicht... Ja, eben. Hier ist noch ein Schaf. Ja, ich hab... Ich hab schon mal eine Wolle. Nennst du mich jetzt Fawks? Ja, wir nennen uns jetzt... Die ganze Zeit Fawks. Fawks? Ja, ich hab ein Fawkskin. Also hier, ne? Wer es nicht weiß, Fawkskin kostenlos bei meinem... Erster Link in der Videobeschreibung. Dein Spaß nicht kann, kann ich den Links einfügen, weil ich nicht weiß, wie das geht, weil ich zu dumm bin. Ja, also wirklich dumm. Ich bin so ein Depp, ne? Ja. Na ja. Da hast du wieder recht. Na ja. Ja. Aber ich bin jetzt nicht wirklich der Sportlichste, denn 3, glaub ich, in Sport ist jetzt natürlich nicht so. Nein, ja, du bist gut im Sport. Boah, Alter, ich dachte gerade, das wäre so ein Wolf. Das wäre geil. Aber wir hätten sowieso keine Knochen, weil wir hier nur... Oh, ich liebe die Blumen. Alter, ich konnte sie gerade nicht abbauen. Oder konnte ich, aber ich hab nicht gezählt. Ja, das ist bei mir irgendwie beste Internet. Äh, wir spielen nicht im Internet. Nein, hab ich nicht. Das hört sich immer so an, wenn man über das Tiefen rutscht. Finde ich. Wenn du rünst, finde ich nicht. Alter. Wir können uns da hin, Total Craft. Aber das ist so richtig teuer eigentlich. Wie findet ihr das? Nein, das ist nicht teuer. Ich finde es teuer. Das ist oberteuer. Ja, genau. Das ist überteuert. Er übertreibt gerne. Aber das ist gar nicht übertrieben. Was ist das? Okay, das ist... Ubertrieben, das ist übertrieben. Du bist übertrieben. Übertrieben, das ist übertrieben. Nein, bist du da zu... Hey, gib mir deine Tintensäcke. Gib mir deine Tintensäcke. Hä, was... Was lachst du dafür in der Stiefen? Gib mir deine Tintensäcke. Tinten... Oh. Mein Gott. Alter, wo... Was ist denn... Ah! Okay, kommst du? Wir können uns hier jetzt unseren Zaubertisch kraften. Hau ab! Wenn du mir deine Diamond Sets gibst. Nein. Die muss ich selber verklemmen. Hey, guck mal, da ist dein... Da ist dein Lernschild. Lol. Seht ihr das, was da rumspringt? Vorher, da im Beet. War ich gerade im Bild? Nein, im Beet. Achso. Achso, nee. Im Bild warst du nicht, nee. Nee, komm her, komm her, komm her. Du willst mich schon wieder verklemmen. Ich bin neben dir. Häh! Aua. Oh, wenn du Spitzhacke bist, hast du... Nee, ich hab dich nicht... Komm, komm, ich bin die Hand los. Nee, ich kann nichts abbauen. Hab Abbaulähmung. Guck, ich kann dich auch nicht schlagen. Guck. 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 Nein, du triffst mich hin. Nein, komm, gib, 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 gib deinen... Ein Diamond. Nein. Doch. Oh, ich hab ein Geschenk gekriegt. Das ist aber nett von dir. Kann ich auch einen haben, dann bekomm ich ein Achievement. Was ich noch nicht hab, glaub ich. Kannst du mir einen geben, bevor du das verkraftest? Dann krieg ich ein Achievement. Hä, ich hab nur das! Ja, dann gib mir den alten Diamanten. Dann gibst du mir ihn wieder zurück? Ja. Ich glaub, dann bekomm ich so ein Achievement, was ich noch nicht hab, oder? Ja, jetzt hab ich's. Okay. Hier. Kann ich noch nicht. Drück X zu... Kannst du mir noch einen geben, dann krieg ich... Krieg mal eigentlich noch ein Achievement. Nein. Oh. Warte, okay, wo sind Achievement-Erfolge? Inventur. Dreimal auf Holz geklopft. Nein, ich brauch... Komm, bitte, bitte, gib mir noch einen Obsidian, okay? Gib mir noch einen Obsidian. Ich hab... Oh, sorry. Jetzt hab ich nur noch zwei. Du verplepperst alles mit zu... Zaubertische sind gut. Also sag mal. Ich sag aber was. So, aber ich würd sagen... Ich hab mir einen Zaubertisch gekraftet. Yay, der neue Zaubertisch. Also, an der Stelle würde ich sagen, wir enden die Folge, oder? Ja, er... Beenden wir die Folge, oder? Ich stell noch schnell den Zaubertisch auf. Aus. Ich stell ihn auf. Okay, dann muss ich aber dabei sein, okay? Okay. Wo bist du? Noch nicht platzieren, ich muss... Nein, ich bin in meinem Haus. Hier. Warum in deinem Haus? Das ist unser Haus. Weil du sagtest, in deinem Haus. Ja, genau. Dann hab ich ja... Dann gibst du mich eine Schötenliste. Ah, ich komm grad nicht mit der Zaubertisch. Die 9999 Einkaufsliste. Komm, 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 komm. Ja, wo bist du denn? Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Schnell, Fox. Wo ist der Eingang? Ich suche den Eingang. Wo ist der Eingang? Ja, okay. Hiermit... Warte, ich muss gleich noch mal reden. Hiermit, öffne ich den Zaubertisch zu. Er... Öffnet. Achso, auf. Ich lese mal. Aha, okay. Warte, warte. Warte, warte. Machst du eine andere Sicht. Warte, geh mal da weg. Geh mal da weg. Geh mal da weg. Ich muss jetzt mal was machen. Hey, ich will. Warte, guck mal. Ich lese ihr Buch. Das hat Flo bei Drain gemacht. Ja, ich weiß deshalb ja. Das... Äh? 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 Ey, das sieht nicht so aus gut. Egal, an der Stelle... Äh, ja, hiermit verhöre ich sie zum Gerichtsschluss. Das ist ein Gerichtsschluss. Gerichtsschluss? Ja, ja, so. Gerichtsschluss? Ja, ja, so. Das ist ein Gerichtsschluss. Guck mal, guck mal, ich schlag die Seite auf. Ja, toll. Ja, okay. Tschüss. Ich, ja, hiermit beenden wir diese Folge. Yeah. Wir hoffen... Zu beendet. Ja. Uh, mir wird schwindelig. So, auf jeden Fall. Wir hoffen, Reis. Diese Folge hat euch gefallen. Also, wie gesagt, freuen wir auf der Jaffer-Lunderschule. Ne? Ich hoffe, ihr gebt mir jetzt... Also, und dem da, den komischen Typ, der die Zunge rausstreckt, da. Der die Zunge rausstreckt, bin ich Entschuldigung zu suchen? Ja. Nein, Spaß. Äh, also, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir würden uns über eine kleine Bewertung für unser erstes Minecraft... Eine gute Bewertung. Eine gute Bewertung. Für unser erstes Minecraft... Abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Feedback gegen, um mich zu unterstützen. Und zwar... Äh, ich würde sagen, hauen rein und ciao. Leute! Leute!